So, war das 6 oder 5? Ich glaube es war 5. Ich glaube es war 5, war krass. Die haben es in sich. Die Rätsel. Das stimmt, ja. Mal sehen. Ach nee, es war 6 schon. Es war 6. Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hochgestapelt und das weiß ich sogar. Testsubjekt, deine Mutter ist so... Hm, das ist ja widerlich. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. Okay. Oh, hier ist ein Würfel. Oh, Mist. Okay, wenn der Laser hier reingeht, dann können wir die Richtung ändern. Von dem blauen. Ah, sehr schön, okay. So weit, so gut. Ich geh mal hier durch. Oh, schlechte Idee. Äh, dann solltest du das mit dem... Du darfst jetzt nicht sterben. Mit dem, äh, mit der Transport... Äh, mit dem Transportlaser machen vielleicht. Dass du da dich lang schweben lässt. Ach so. Nur, wie komm ich da hin? Äh, lass dich erstmal... Lass dich erstmal da... Ähm, setz hier das Dunkelblaue. Ach so. Und jetzt kann ich, ähm... Jetzt kann ich das umkehren. Ich geh mal hier rein. Und kann jetzt kein Dunkelblaues mehr setzen. Das heißt, du müsstest das überschreiben. Ach so, okay. Äh... Stimmt, ich müsste das überschreiben. Hep. Und hep. Ich drück einfach den Knopf. Umkehren. Ich bin tot. Äh, boah. Krass. Das ist ja... Weißt du, was der Knopf gemacht hat? Hast du da was gesehen? Hm... Der lässt einen Kubus fallen. Wo? Direkt um dir. Ach, ich muss danach den Kubus holen und wieder rauskommen. Alter. Äh, wie soll ich das dann alles gleichzeitig machen? Jetzt wissen wir wenigstens, was wir tun müssen. Okay, ich muss da wieder hin zuerst. Ach, krass. Ähm. Ah, nee, warte mal. Das muss ich zuerst machen. So. Stimmt, genau. Ich muss jetzt den Laser umsetzen. Genau. So. Step 1. Jetzt lass ich dich erstmal bis nach unten fahren. So. Ich steh in den Startlöchern. Damit wir ein bisschen Zeit haben. Puh, okay. Aber das ist, wenn ich... Das geht nicht. Wenn ich die umsetze, dann... Fällst du doch. Nee, du musst die Richtung wieder ändern. Bevor ich unten bin. Aber das kann ich ja nur mit Portalen machen. Und wenn ich dir jetzt, ähm... Ach so. Warte, kannst du mich hier wieder rauslassen erstmal? Ja. Stimmt. Ich glaub, du brauchst meine Portale auch. Ähm... Ja, setz da mal. Setz es mal dahin. Dein dunkelblaues. Das Problem ist, ich muss da irgendwie zuerst in den Strahl rein. Äh, genau. Das kann ich machen. So. Jetzt darfst du da einmal rein. Ach so. Ach so. Was natürlich nicht geht. Aber das ist schon richtig doch, dass mein dunkelblaues da ist. Äh, ja genau. Das ist schon mal richtig. Äh, ach, boah, das ist nicht einfach. Moment, Moment, Moment. Ähm, wir machen es anders. Wir machen es anders. Ja, wir machen es so. Setz es da mal. Ach nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hm. Hm. Sind wir jetzt, sind wir wirklich schon, also sind wir auf der richtigen Spur? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ähm. Ich werde jetzt hier durchspringen und bevor ich unten ankomme, musst du mir den Strahl durchschicken, der mich wieder nach oben gleiten lässt. Hm. Ja. Boah. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber ich habe eine neue Idee. Also irgendwie, oder zumindest eine Vermutung, was ist denn hiermit? Du kannst hier irgendwie runterspringen. Stimmt, genau. Kannst du mir das Rote hier unten machen? Ja. Und danach musst du die Richtung ändern, wenn ich drin bin. Okay. Äh, ja, perfekt. Okay, sag Bescheid. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, Mist, zurück. Okay. Okay. Wieder ändern. Ich habe ihn. Okay. Läuft. Puh. Äh. Ähm, warte, warte, warte. Warte, warte. So. So. Okay. So weit, so gut. Jetzt können wir den da rein. Äh. Ah, okay. Der führt uns zum Ausgang. Stimmt, ja. Wir brauchen aber noch den, den Ball. Genau, den Ball brauchen wir. Hier sind Kuhbusse. Können wir nicht, äh, nicht Kuhbusse, äh, die Turrets, können wir die nicht irgendwie erstmal entsorgen? Probieren wir mal. So, sind alle weg. Okay. Und nun? Huch, wie geht das denn? Siehst du das auch? Was denn? Dass aus meinem Kuhbus der Laser kommt? Nee. Seh ich nicht. Doch, siehst du. Nee. Äh, aber ich, okay, ist ja lustig. Also ich seh das auf deinem Bildschirm, seh ich's. Aus meinem Kuhbus kommt auch ein Laser geschossen. Ist voll der Bug. Merkwürdig. Das ist ja echt verrückt, aber das ist echt ein Bug. Ist nur das, äh, ja. Ich kann auf dich zielen, haha, und es passiert nichts. Das musst du dir echt, wenn der meine Aufnahme anguckt, ey. Ist echt lustig. Okay, gut. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder einen richtigen Laser raussetze. Nee, der ist verbuggt. Der Kuhbus bei mir. Was soll's. So, wir haben... Da hinten ein Ball. Da hinten ist die Kugel. Genau. Äh, äh, okay. Wie machen wir das? Ich weiß es grad nicht. Da muss irgendwie der Transportstrahl, muss da hin. Ja, der Transportstrahl. Ich wollte's grad sagen. Aber wie? Ah, ich hab ne Idee. So. Jetzt kannst du da rein. Ja. Ideal. Genau. Perfekt. So, und dann musst du das umsetzen. Glaube ich. Ja, okay. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Vertrau mir. Okay. Ich, äh, muss nur an den Kuhbus kommen. Äh, an den... Ball. Ja, okay. So. Das Problem ist nur, wenn du's jetzt umsetzt, dann ist auch der Ball futsch. Ach so. Stimmt. Äh, wie kommt... Hä, wie schaffen wir das denn, den Ball da rauszukriegen? Ah, ich weiß wie. Weißt du wie? Ich muss auf die andere Seite. Da ist nämlich auch so ein Ball-Auffangbehälter. Ja, aber wie kommst du da hin? Ähm, mit dem Transportstrahl. Wieder. Schieß den mal wieder dort hinten hin. Das ist ja wieder... Genau. Kann ich den Ball da nicht... Doch, das müsste gehen. Äh. Kann ich den nicht... Warte mal, ich hab ne Idee. Ah ja. Okay, er ist drin. Jetzt zieht er durch. Und jetzt muss ich, bevor er... Ähm, nee, das war zu früh. Okay, ja, ich kann's wieder ändern. Genau, perfekt. Ich... muss... jetzt... So, jetzt ist er drin. Perfekt. Das nützt uns aber nichts. Er muss hier raus. Würde ich meinen. Mh. Ja, wir müssen... plus... Huh. Gibt's noch einen zweiten? Hm. Kriegt man den so schnell da raus, ohne dass er kaputt geht? Ich glaube nicht, ne? Keine Chance. Keine Chance. Ah. Gut, haben wir vielleicht irgendwo einen übersehen? Ne, wir müssen den irgendwie rauskriegen. Die Frage ist nur, wie? Irgendwas übersehen wir. Wir können jetzt zumindest hier rein, hier Portale... Ach so. Ja, es ist ganz einfach. Wir machen hier einfach ein Portal hin. Eins rein und eins raus. Ah. So. Ja, dann sicher. So, jetzt brauchen wir nur noch den Transportstrahl. Ach so. Stimmt. Ähm, aber nicht so früh. Jetzt musst du auch mit hier rauf. Ja, ich weiß, aber irgendjemand muss den Kubus dann reintun. Warte mal. Hä? Hm. So. Jetzt. So. So. Na. Schwärze. Das war knifflig wieder mal. Das stimmt, ja. Das war nicht einfach. Das stimmt, ja. Das ist mir lieber mal. Das ist mir super.